was geht aber ganz schön jetzt kommt zurück zu neuen folge vor so viele freunde was geht ab wir feiern die ganze nacht sind alle unten richtig ich bin jetzt oben rechts wo bin ich da bin ich alles klar ich finde auch mega oben rechts ja für den mega öde oben rechts erst mal eine verbindung machen für mich scheiße okay ohne dynamit was ist ja wenn ich so maulwurf benutzt was macht er ja probieren aber der also du kannst steuern also einmal lehrt euch einbuddeln und dann steuern und dann geht er aber auch nicht allzu weit ja habe ich bemerkt er geht weiter als das ist ja ja ich habe halt blöder weißen wurm berührt die ist voll geil hast du doch ein spielpartner tiktak 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 manche mussten sie auch ins verderben schießen ob hier tut mir voll leid das muss doch tut es mir aber ich glaube der macht jetzt ein abgang ach komm schon und dann kriegt ja auch so ein ding geschenkt richtig geile wasserpistole ich will da hinten von der kiste einen weg holen das ist der plan ja meinst du eine ich habe gar nicht mal so viel zeit oh nein das falsche richtung hat könnte er doch nicht okay da stehst jetzt aber auch schön ja das war so alles nicht geplant ist doch eigentlich ein schlag reichen verschwendet das ist genau das richtige genau das hätte ich auch gemacht genau das richtige ja ganz im ernst der kann aber keinen wurm killen da kann man nur ein bisschen schaden machen dein moses hätte dann versenken können ist der so trotz bist du doch nur riesen gefahr da und dann dürfte er so dann habe ich verkackt wollen wir mal gucken macht eine clusterbomb nicht mehr schaden die ist mega scheiße krass aber er verteidigt da oben auch nicht sein ding komm schon 4 3 2 1 3 3 2 1 30 sekunden finde ich eine ganz gute sache muss ich sagen ja du kannst halt nicht was halt erstens nicht so viel zeit das macht gar nicht mal so wenig schaden das hat man gerade gesehen ja mal gucken wie viel er gemacht hat 60 alter das ist schon ziemlich stark das ist ordentlich werke als shotgun oder so du musst den aber auch in die ecke geschossen haben mit dem das weh tut da habe ich aber den gelben richtig klug platziert ach das war ja peter ja wie kriege ich den jetzt da hinten ins loch ja dynamit setzen wo du sitzt ja das bin ich aber nicht kannst du den wurmtausch machen und den grünen die 90 kannst du irgendwas muss ich machen das funktionieren oh gott nein was verdient ich bin da zwei von dir nebeneinander also ich finde das gut dass wir da so wenig zeit haben immer das war der nächste versuch ups du nur einfach doppelsprung und dann schießen genau sehr schön sehr schön das ist ärgerlich jetzt das war dafür ist jetzt noch drin da oben hm hmm wow fuck final countdown tch come on bro shit 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 AHHHHH SERIOUS BUSINESS TISSUS NEIN Boah noch gerade weggekommen ey lecker arsch Boah ey man darf nicht da zu sehr drauf rumhämmern ey ne Boah da unten diese 150 und die zwei 150er da unten sind schon ganz schön nice als Ziel gar nicht Wilst du nicht so? ne irgendwie gar nicht ne das ist schon dein schick da will ich sie noch nicht mal wegpacken würdest du ihm immer eine granate hinlegen geht er ins wasser wenn du sie links daneben sitzt ja stimmt oder links da ist dein dynamit daneben dafür da hast du natürlich auch mal da brauchst du kein dynamit für Moment mir fällt gerade auf da die reverte weg zu dir Ich glaube, Moses kann sich schon mal von allem verabschieden. Natürlich ärgerlich, dass ich jetzt da unten nicht mit einem dran bin. Und halt oben irgendwas machen, nur was. Und einen Wurmwechsel hast du ja schon verschwendet. Ja, ich finde das nicht verschwendet. Der war verschwendet. Ich finde das nicht verschwendet. Der hat aus seinem Zug nichts gerissen, der war verschwendet. Naja, das wollte ich bekommen, aber gut. Ja, setz dich schön da in die Mulde rein. Ich komme zu dir. Mach mal. Du bist halt vor Bram, deswegen bin ich auf dich gegangen. Genauso gut auch auf den Grünen gehen können. Und was schmeißt du dich in die Kuhle? Boah, Kopfball. Ja, war dann nicht so gut, wie ich gehofft habe. Er hat ja auch per Kopf abgewehrt, wie der sich gesagt hat. Ja. Das finde ich unsympathisch, dass er da oben steht. Ich sag mal, ich denke, dass ich jetzt nicht, was mir gehe. Ich bin auf den Rettkeitschiffen. Ach, ich bin auf die Rettkeitschiffen. Du bist nicht auf die Rettkeitschiffe? Boah, ich bin auf die Rettkeitschiffen. weißt du der besiegt einfach alle würmer da unten und hat sein ding selbst ja und da kommt es dann im ernst jetzt dynamit alter ja richtig das macht so ein schwanz kopf war ohne spaß das ist echt traurig dass du bist so schlecht peter er ist einfach eine granate reinlegen alles ist weg als als du musst konsequenzen zwingende konsequenz das wird so aber nicht funktionieren jaden moses ist safe kill alter das ist bullshit was du machst ja das kommt ja gleich der grüne nein der ist jetzt dran ich glaube es doch nicht allen ernstes die chance jetzt nein ich habe kein dynamit mehr alle zeit der welt hardy ich konnte ich habe nicht mehr geschafft ich habe nicht mehr geschafft daneben das war zu knapp ich meine ein arme peter ich habe schlecht gespielt ich habe verdient erst mal noch hinterher drücken oh ja peter oh ja der mofo auch noch dran der mofo der maravon so viel inkompetenz auf einem fleck zu mir sage ich sei der oberlappen ohne scheiß so viel inkompetenz auf einem fleck zu mir sage ich sei der oberlappen ohne scheiß peter muss auf jeden fall weg stell dir mal vor der gewinnt hat noch das darf nicht passieren das ist wahr scheiße ach weißt du was genau warum sagt der typ da oben links ist aber auch einer ja aber da kommen wir nicht dran der hat aber mehr leben als ich ach scheiße genauso inkompetent wie fucking peter kacke was machen wir denn mit euch hier so bram was sagste so könnte so ein bisschen mit sich mit sich darum spielen danke dass sie jetzt meinen damit geschützt hast wenn die 25 nicht dran ist das stimmt allerdings das schaf hat mehr animation als die ziege von speedrunners ja das stimmt ja aber da kriegt man ja eh nicht gekillt ne krieg ich tatsächlich nicht komm ich schreibe auf den 25 hast du nicht noch irgendwas dickes in den dynama ja guck doch mal das ist doch schon was dickes ich wollte wenigstens da wir jetzt echt nur holi da hinschmeißen weiß ich kann das über seinen kopf hinsetzen das geht wenn er einfach nur antippt und da kurz stehen bleibst damit die da fliegen bleiben das hat nicht funktioniert das heißt der wird jetzt sterben vielleicht und damit hat die weg machen ja das stimmt schon sagen peter das war eine 1a leistung du könntest mit einer mit einer schrotflinte auf mich schießen und auf den da oben das ist eine coole sache das war gefährlich jetzt trifft aber auch höher 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 weil wäre eh zu tief gewesen ja das stimmt und nicht der da nein ich will nicht mit dem aber peter hat ja seine beiden hümer so klug nah an sich und platziert das auf jeden fall das muss halt begehen wird hab ich ja nicht absichtlich find's doch lustig oh ja kann man ja auch mal machen boah das war lustig und auch noch drunken ja so peter jetzt lass da unten noch einen spielkameraden ja hab ich auch gerade gedacht Discovery mhm 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 yeah oh ja mein ich ja na eindeutig zu tief dann hat man doch schon mit bloßem auge erkannt ja voll junge folge voll junge nein war gut also weder werdet jetzt nicht schafft dann ohne scheiß ja und dann komme ich nach köln und klatscht der eine vierte attacke auf das arme würmchen da das stimmt tatsächlich aber das ist mir egal wo kommt jemand hat der wurm da oben getan nix wirf eine hole da oben bei schnitt wie häufig du schon was gegen den wurm gemacht hast by the way noch gar nichts nämlich trifft jetzt so nein zu tief so ja ja ich hab peter getötet ja das war mein plan alter war das schlecht vor allen wie geil die netten auch wieder zurück in das loch gedrückt hat das fand ich war schon sehr awesome wieso ist der da oben jetzt schon wieder dran war das schlecht alter scheiß granaten peter und ich bin halt inkompetenz nicht zu überbieten er wird nur verdient beide als erstes raus zu fliegen oder beziehungsweise als erstes ich bin halt der erste 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 ja ok ich muss noch zusammenhalten klar da schubsen ja peter ich hasse dich wo dann steht er eigentlich immer noch sehr gefährlich da unten ja das steht halt gefährlich fatality bram hat so viele noch wir halten zusammen passiert ja er war klar dass das passiert hä was ist denn ich weiß nicht was du jetzt machst ja er war klar dass das passiert äh ich weiß nicht was du tust hä was war denn das jetzt nice puh äh hä kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe du hast irgendwie damage bekommen nicht ja aber warum weil nicht wegen dem objekt da wow ok na gut egal komm schon mal ostat das ist der einzige nicht total scheiße ist es braben wenn er nicht ich wollte zuerst jbk ohne was ich wollte da oben bananabombe rein ich hätte nichts gebracht die wir schon vorher auch gegangen er ist auch weg und peter fast auch wenn die inkompetenten halten ich meine du kannst halt uns beide auch weg machen wüsste nicht wie da oben drin wenn die beide weg aber keine wobei die könnte natürlich wieder oben am rand kaputt geht gut die richtung bram ich noch mehr ab wir haben brennen ein bisschen alles dabei was der abgekriegt hat hätte die ich muss sagen es ist eine der seite seltenen fülle wo ich jetzt braben sogar mal stimmen würde die 430 überlebt euch drückt jetzt peter die daumen für die inkompetenz was du hast ich drücke dir alle dauernd sie weg teleport bewegt den nicht peter auf den vorsprung der da da ja er ist auf jeden Fall safe ich weiß nicht wie der mobil der wie mobil der bram noch ist ja er kann nicht beide töten weiß ich nicht glaube nicht leck mich am arsch er könnte noch wirklich mobil sein jetzt hätte sie die banana bomb ich noch gebrauchen können du denkst nicht weit genug du hast immer so ein rotes tuch weißt du so ja da unten hin geht da unten hin und hol dir das ding und schießt auf den 34 ein versuch weniger kannst du dem nicht da irgendwas um die ohren pfeffern probier jetzt tatsächlich mal was der bramfällen auch schon probiert hat oh gott im himmel ey bitte mich könnte sehr sehr knapp werden ach scheiße einfach ein richtig cooler move wenn das klappen würde wir haben jetzt versuch nicht irgend so einen scheiß alter macht den fertig ich gehe nicht auf die eier ich bin für dich du arsch ich suche keine liebe von dir ich krieg auch keine kann man nicht wow jetzt hast du dir sogar noch die heilung weggemacht ja ich müsse doch so nicht gewöhnen ich probiere es keiner von uns beiden wird als erster in der Mitte den Kitzel wegschießen ja das ist ja wohl ganz logisch war naja aber der wird dich jetzt weg ficken da muss ich mich allerdings sehr beeilen für was kommt denn jetzt du willst ihm eine Bananabombe da oben wow ich hänge im Ernst fest ich habe im Ernst festgehangen schmeißt du eine Bananabombe da in die Fräse zwei Sekunden go go hab ich nicht zu tief viel zu tief hat es den aus dem Level rausschießen nein ey das ist auch blöd dass ich mit dem Ding dann festhänge ey ohne Spaß boah da sitzt du richtig schön Pela das hast du gewonnen komm ein Bazooka Schuss habe ich nicht ein Bazooka Schuss ein Bazooka Schuss dann ist der weg du musst den nicht mal richtig treffen boah scheiße ey wenn du den nicht triffst hast du leider verkackt oh aber richtig voll gereicht jetzt habe ich ein Problem wie kannst du den dein noch bewegen null jetzt mehr null das kann gerade mein letztes Ninja sein sonst hätte ich ja noch eins benutzt hm hast du noch eine Homing Missile ne ne der hat er auch nicht du kannst ja versuchen den ersten Schlacht da oben da durch das Loch da weg zu machen um da durchzuschießen damit der da durchschießen kann danach ja wie will er denn da durchschießen Bersooka gleiche wie Peter keine Ahnung keine Ahnung sonst macht doch er keine Ahnung so sehe ich schade man hat ja keine vernünftigen Rampen war die aggressiv oder nicht nein aber weißt du nein ich weiß du willst eh nicht auf mich hören aber du hast doch noch ein Jetpack oder du könntest mich doch noch locker weg machen ja dann gut dann wie aggressiv ja ich will nur nicht Peter darf einfach nicht gewinnen Alter oh Leute sitzt da natürlich mega geil da schieß mit der Bazooka stell dich links hin einfach eine Sekunde Granate boah alter ohne Spaß schieß den jetzt einfach weg nehm die Bazooka und Zimmer volle Pulle drauf ja komm das reicht oh Gott sei dank oh Gott sei dank sorry Peter ist nix persönliches aber du warst die Runde so scheiße das hättest du nicht gewinnen dürfen ohne Spaß wenn dieses Seil funktioniert hätte das ärgert mich jetzt total ja ich finde auch dass Bram das nicht verdient gewonnen hat das ist mir egal ich hab ja gewonnen ich finde schon dass er verdient gewonnen hat ehrlich gesagt er hat sich jedenfalls nicht dämlich angeschlafen Peter jetzt gib dir doch nicht noch recht was hast du denn was bist du denn für ne Pussy wie guck mal meiste ne tut mir leid dass ich normal human being bin aber ne Peter so geht das nicht meisten Gegnerschaden hat er immerhin angerichtet damit die meisten Wurmgechner erledigt Ja alles klar dann vielen Dank für´S Zuschauer und bis zum nächsten mal brain